Das mit dem Stillen hat von Anfang an von Geburt an gut geklappt und der Henry trinkt gut und da gab es zum Glück nie Probleme. Ja, der Henry, der wird jetzt gerade so alle drei bis vier Stunden gestillt. Das ist schon weniger als am Anfang und er wächst und gedeiht ganz gut, wiegt jetzt so knapp sechs Kilo und da freuen wir uns natürlich darüber, dass es ihm so gut geht und dass ihm das alles so gut bekommt. Beim Stillen, da drückt es den Henry manchmal und um das zu erleichtern, machen wir zwischendrin oft ein Bäuerchen und dann kommt auch die Luft raus und dann geht es ihm gleich besser und er kann ruhig weiter trinken. Der Henry macht meistens während dem Stillen in die Windel und deswegen ist unser nächster Gang dann zum Wickeltisch und da kriegt er eine frische Windel und ist danach dann ganz zufrieden. Der Henry, der plappert jetzt quasi zurzeit ganz viel, er macht verschiedene Geräusche und es scheint als ob er viel zu erzählen hat und das finden wir auch ganz süß und lustig, dass er das jetzt macht und ist ein neuer Fortschritt.